Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Berliner Rezept. Und heute ist bei mir Bernd Westphal von der SPD, Wirtschafts- und Energiepolitischer Sprecher seiner Partei. Herzlich willkommen. Wir wollen ein bisschen über Europa sprechen und ich fange mal mit einem aktuellen Thema gleich an. Glauben Sie, dass die jüngsten Urteile des Europäischen Gerichtshofes dem europäischen Gedanken, also zum Thema Erfassung von Arbeitszeiten, hat das dem europäischen Gedanken mehr geholfen oder mehr geschadet? Was glauben Sie? Nein, ich glaube, das ist mehr geholfen. Wir brauchen ja auch mehr die soziale Balance in Europa und dieses Urteil sorgt dafür, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerechter entlohnt werden, indem die Arbeitszeit erfasst wird und danach auch orientiert sich die Bezahlung. Aber dass das irgendwie möglicherweise zu bürokratisch werden könnte, in einer Zeit, wo gerade die Arbeitsverhältnisse sich doch sehr, wie soll ich sagen, sehr verändert haben mittlerweile. Also ich glaube, Arbeitszeiterfassung ist jetzt nun wirklich keine überbordene Bürokratie. Die Arbeitszeit zur Erfassung heißt ja nicht die Stechuhr aus dem letzten Jahrhundert, sondern wir können im 21. Jahrhundert mit Digitalisierung und modernen Erfassungsmöglichkeiten Arbeitszeiten erfassen. Aber wir haben eine Million Überstunden in Deutschland, die nicht vergütet werden, weil eben diese Arbeitszeiterfassung fehlt. Und deshalb finde ich das schon ein Stück weit Gerechtigkeit. Das erwarten die Menschen auch zu Recht von Europa. Mal andere Themen, die auch Sie als energiepolitischer Sprecher auf europäischer Ebene natürlich in besonderer Maße betreffen. Es gibt die große Diskussion um Nord Stream 2, Ihre Position dazu? Sinnvoll oder nicht? Brauchen wir es, brauchen wir es nicht? Doch, das brauchen wir. Wir haben ja ein privatwirtschaftlich organisiertes Projekt mit Nord Stream 2. Das erweitert die Kapazitäten der Gaslieferung nach Deutschland. Übrigens auch für Nachbarländer, also eine Energieversorgung für Europa, die wir damit sicherstellen für die nächsten Jahrzehnte. Das ist eine Diversifizierung, also von mehreren Lieferländern, dass wir ein Stück weit auch Risiken verlagern auf mehrere Länder. Und von daher ist das eine gute Sache für uns. Ich unterstütze das Projekt. Aber dass sozusagen in anderen Ländern, in Frankreich, in Polen, man eher mit Sorge darauf schaut, wie werden Sie, wie gehen Sie damit um und wie nimmt man denen die Sorge? Das ist richtig. Da gibt es Durchleitungsentgelte, die bezahlt werden in der Ukraine, aber auch in Polen. Und deshalb muss man mit den mittel- und osteuropäischen Ländern im Dialog dieses Projekt auch nach vorne bringen. Ich kann mir vorstellen, dass die Russen auch zu ihrer Zusage stehen, dass es durchaus in Zukunft auch noch Durchleitungsmengen gibt über diese Länder und dass wir natürlich auch erwarten, dass die Länder eine Investition in die Infrastruktur tätigen, das heißt die Sicherheit der Pipeline und so weiter. Aber natürlich muss man die Belange der Polens und anderer Länder mit berücksichtigen. Deutschland und Frankreich sind der Motor Europas nach wie vor. Es gibt aber durchaus einige Themen, wo man in Frankreich die Dinge dann doch anders sieht als bei uns. Das klassische Thema Klimaschutz, da ist man sich im Ziel einig, aber wie man es erreicht, doch sehr unterschiedlich. Bedarf es einer Initiative, einer europäischen Initiative, die Deutsche sich zum Beispiel zum Thema Atomkraft, Atomenergie auch in Frankreich umzusetzen, also auch Frankreich zu einem Ausstieg zu bewegen? Wir haben ja in Europa das Subsidiaritätsprinzip, das heißt das, was nationale Staaten besser können, sollen sie auch machen. Dazu gehört zum Beispiel die Gestaltung des Energiemixes. Da redet die Europäische Union nicht rein. Es sind andere Rahmenbedingungen, die in Brüssel und Straßburg gestaltet werden, aber in dem Fall den Energiemix gestaltet jedes Land alleine. Frankreich hat sich dazu entschieden, übrigens wir in den 70er Jahren auch, haben auf Atomkraft gesetzt, haben jetzt dort den klaren Ausstiegspfad beschrieben. Wir können andere Länder davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist, weil es schon auch Risiken birgt für die nachfolgende Generation, gerade bei der Strahlung des atomaren Mülls, da dadurch die Nutzung entsteht. Und da müssen starke und gute Argumente in der Debatte genannt werden und dann glaube ich schon, dass wir auch andere Länder auf diesen Weg mitnehmen können. Die Frage zielt auch ein bisschen darauf ab, dass ja mittlerweile scheinbar wieder erste zarte Diskussionen beginnen, ob man dieses CO2-Ziel, CO2-neutral 2050 überhaupt ohne Kernenergieatomkraft hinbekommt. Wie sehen Sie das? Das ist der Vorschlag jetzt von Emmanuel Macron. Ich finde das gut, dass er diesen Pfad auch der CO2-Reduktion mitgeht, dass er einen innovativen Vorschlag gemacht hat. Wir brauchen eine progressive Politik, die genau zu dem, was dort in Paris beschlossen worden ist. Das Abkommen in Paris ist das erste Mal, dass wir eine internationale Vereinbarung haben zur Reduktion von CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050. Dem haben wir uns verpflichtet, auch andere Länder. Und wir sehen in Deutschland eben nicht die Option, das mit Kernenergie zu machen, sondern mit erneuerbaren Energien. Und wenn man sich mal die Schwierigkeiten der Kernenergie anguckt, das sind Kühlwasserprobleme, das sind Anlagenverfügbarkeit, das ist die Sicherheit der Atomkraftwerke, kann ich mir nicht vorstellen, dass Frankreich darauf setzt. Da gibt es übrigens auch einen Pfad, Atomkraftwerke abzuschalten, die Nutzung zu reduzieren und Erneuerbare auszubauen. In Deutschland sind die Strompreise hoch, sowohl für die Verbraucher, auch für viele Industriezweige, nicht für alle, aber für viele. Wie ist Ihre Idee, wie kommen wir jemals von diesen Strompreisen wieder runter, wenn man gleichzeitig die Klimaziele, wenn jetzt CO2-Besteuerung diskutiert wird und wie kommen wir dahin? Das ist zu organisieren. Wir haben sicherlich mit der EEG-Abgabe, das ist ja das mit dem Erneuerbaren Energiegesetz, wo wir vor 20 Jahren eine Umlage auf den Strompreis erhoben haben, um eine Technologie zu fördern. Also das, was an Wind und Photovoltaik ausgebaut wurde, ist damit unterstützt worden. Das waren sehr hohe Vergütungen, auf 20 Jahre zugesagt. Diese Anlagen gehen nach und nach jetzt aus der Nutzung raus, auch aus der Förderung. Und neue Anlagen kommen an den Start mit wesentlich weniger Bedarf als Unterstützung. Und deshalb werden wir mittelfristig in den nächsten Jahren diese Umlage reduzieren können. Aber Sie haben Recht, wir haben sehr hohe Abgaben auch auf dem Strompreis, zum Beispiel eine Stromsteuer, die könnten wir senken. Und deshalb muss insgesamt Strom günstiger werden. Und diese CO2-Abgabe, was Sie ansprachen, haben wir deshalb als Idee in die Debatte gebracht, weil wir damit dem CO2-Emissionen einen Preis geben. Und das ist ja das, was wir reduzieren wollen. Dafür brauchen wir eine soziale Balance, die wir beim EEG zum Beispiel nicht haben. Jeder bezahlt über diese EEG-Abgabe gleich, ganz egal, welches Einkommen er hat. Und diese soziale Balance müssen wir bei der CO2-Abgabe herstellen. Die Schweizer haben ein hervorragendes Modell dazu. Da bezahlt jeder nach seinen Emissionen und es kriegt jeder gleich pro Kopf eine Erstattung. Und das ist die soziale Balance. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so eine Art Soli auf dem Energiepreis dann? Also die, die mehr verdienen, sind dann diejenigen, die zahlen und die anderen werden entsprechend entlastet. Wie kann man sich das vorstellen konkret? Na ja, es geht ja darum, welchen Fußabdruck, also welche CO2-Emissionen verursachen wir denn mit unserem Lebenswandel? Ja, aber der soziale Ausgleich sozusagen, das würde mich… Ah, der soziale Ausgleich ist, dass derjenige, der ein größeres Auto fährt, der mehr fliegt, der ein größeres Haus hat, mehr heizt, mehr Energie verbraucht, der bezahlt CO2-Abgaben. Und die wird nachher verteilt, indem zum Beispiel jeder 500 Euro pro Kopf kriegt als fixen Betrag. Und damit haben Sie den sozialen Ausgleich. Der hat vielleicht 3.000 Euro im Jahr bezahlt an CO2-Steuern, kriegt aber nur 500 Euro zurück. Und der andere, der sich umweltgerecht verhält, der mit dem Fahrrad fährt oder keine großen Flugreisen macht, der kriegt eben dementsprechend… Ja, weil man hört sehr oft, es gibt einen sozialen Ausgleich, man hört wenig darüber, wie das sozusagen geschehen ist. Das finde ich spannend, dass das so ist. Ich habe noch eine Frage zu diesem Europa des Ungleichgewichts. Nach wie vor, Deutschland ist Nettozahler, wie man so schön sagt, und viele andere Länder, und zwar ausgerechnet die, die sich oft gar nicht so an die europäischen Spielregeln halten, sind Nettoempfänger. Nehmen wir das so hin, haben wir da, was ist wichtiger, die Durchsetzung der Prinzipien, oder ist es wichtiger, sozusagen Europa überhaupt zusammenzuhalten? Wie schätzen Sie es ein? Also das ist ja eine Mehr, dass wir Nettozahler sind. Also wenn man sich das mal anguckt, was wir für einen Beitrag zahlen an die Europäische Union, und das, was wir an Profit, dadurch haben. Wissen Sie, wir haben über 55 Prozent unserer Exporte, Waren, die in Deutschland hergestellt werden, die wir exportieren ins europäische Ausland. Das heißt, wir profitieren über den Weg enorm, was Sicherung von Arbeitsplätzen hat, was Wirtschaftswachstum angeht, was Wohlstandssicherung angeht. Und wir profitieren enorm davon, dass wir in einem europäischen Rahmen Forschung, Entwicklung betreiben, dass junge Menschen in anderen Ländern studieren können, dass wir Gastland sind für Auszubildende, für Schülerinnen und Schüler, die hier über Erasmus-Projekt ihre Studien und Ausbildungen vollziehen. Das ist eine Bereicherung für unser Land und deshalb kann man das gar nicht mit Zahlen aufwärts. Wir profitieren enorm in der Mitte Europas davon, wirtschaftlich, kulturell, gesellschaftlich und deshalb ist das ein tolles Projekt. Der zweite Teil. Wie setzt man am Ende die europäischen Regeln durch, wenn man sich bestimmte politische Entwicklungen in Polen, in Ungarn und anderswo anschaut? Wie setzt man das durch? Da muss man natürlich darauf achten, gerade was die rechtsstaatliche Verfassung angeht, dass sich diese Länder nicht nur in einer Rolle sehen, dass sie bei Infrastruktur, bei anderen Maßnahmen profitieren, dort wo die Europäische Union mit Maßnahmen und auch finanziell unterstützt, sondern wir haben klare Erwartungen an ein Wertesystem. Und das verlangen wir auch von den Ländern, die Sie genannt haben, Polen, Ungarn. Dort gibt es europäische Rechtsprechung, gerade wenn es um den Bereich der Justiz geht. Da verlangen wir, dass man sich den europäischen Rahmen unterwirft und das muss durchgesetzt werden, zur Not dann auch mit den entsprechenden Instrumenten, die man hat, auch solche Länder wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Letzte Frage. Die Wahlbeteiligung zur Europawahl wird höher sein, niedriger sein, was erwarten Sie? Also ich glaube schon, dass der Wahlkampf, der jetzt so richtig in Fahrt kommt, wir haben die Wahl am 26. Mai, man sieht die Infostände, man sieht sehr dialogorientiert Parteien, mit Menschen in Gesprächen, mit Wählerinnen und Wählern. Ich glaube schon, dass es gelingt. Wir haben eine sehr erfolgreiche Pulse of Europe-Initiative in Deutschland. Junge Menschen, die dort auf die Straße gehen, die das für sich als großes Ziel sehen. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es gelingt, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, weil die Bedeutung dieser Wahl bei den Menschen schon angekommen ist. Soweit bis hierhin? Ich habe noch eine kurze Satzergänzung, die ich mit Ihnen machen würde, möglichst kurze Antworten, wenn es geht, wenn nicht, dann. Ich fange mal an. Wenn Kevin Kühnert ein Eigenheim hätte, dann? Das dürfte erst behalten. Ich habe kein Elektroauto, weil? Weil die Reichweiten eben noch nicht dementsprechend, wofür ich das nutze, aber die Überlegung für die Modelle, die jetzt auf den Markt kommen, ist sicherlich da. Würden Sie sich eins kaufen schon? Ja, ich glaube schon. Vielleicht auch ein Wasserstoffauto. Okay. Frankreichs Atomeiler müssen? Den Sicherheitsstandards entsprechen und denke ich mal auch in Zukunft gucken, ob Sie überhaupt noch eine Perspektive haben. Meinen Kaffee trinke ich am liebsten mit? Mit Freunden. Greta finde ich. Das ist schon eine sehr starke, beeindruckende junge Dame, die wirklich etwas erreicht hat. Und von daher können wir viel lernen von der Stimme der jungen Menschen, die da auf die Straße gehen. Herr Westwald, vielen Dank. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank.